In der Komödie «Frau Müller muss weg» hat es eine Gruppe von Eltern auf Klassenlehrerinnen ihrer Kinder abgesehen. Ihre Meinung nach ist nur sie allein an den schlechten Noten ihrer Kinder schuld. Also gibt es nur eins, Frau Müller muss weg. Eine witzige Komödie für die ganze Familie mit der Anke Engelke in einer Nebenrolle.